Ich muss unbedingt shoppen. Ich auch. Ich auch. Lass mal morgen zusammen mitgehen. Ich finde dieses Oberteil mega schön. Das hat Lucy Hale auch. Und ich liebe diese Frau. Ich brauche auf jeden Fall diesen Rucksack. Ich finde diesen Blautun echt schön. Ich will den Blumen. Ich finde ihn auch geil, aber ich fände Schwarz noch mehr brauchen. Was heißt nochmal klettern auf Englisch? Ich glaube klein wird C geschrieben. Okay. Hast du schon für Französisch gelernt? Schreiben wir in Bekabeltast? Wie in der Arbeit morgen. Und weißt du schon was du nimmst? Ich glaub mal Klappschweiß. Schade, dass kein Klappschweiß mehr gab. Schade. 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 Schade.